Freunde, ich bin Bimo und wir sind wieder hier back in Notruf Hamburg. Yes Sir, heute sind wir als Rettungsdienst unterwegs, als Notarzt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ganz genau, wir sind hier wieder auf einem Voice Chat Server, auf einem Roleplay Voice Chat Server. Das wäre gar nicht auf welchen wir sind, ich bin einfach irgendein gejoint. Und ich sehe auch schon, Marc hat einen medizinischen Unfall und Hasan, Hasan hat einen medizinischen Unfall. Wollen wir mal, ich aktiviere das Mic, Leute, und dann gehen wir jetzt back in das Voice Chat Geschehen. Oi, 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 da geht's auch schon los jetzt hier. Einsatz, Einsatz, Einsatz. Feuer ist auch ausgebrochen. So, erstmal einmal. Eine Frage, bist du der Echte? Äh, tatsächlich, ja, ja, ja. Aber ich muss jetzt los, hier ist der Einsatz. Ab geht die Post. Darf ich mitkommen? Kannst du gerne machen? Bitte. So. Darf ich mitkommen? Schaut an die Videos. Kannst du machen? So, okay, wo ist denn hier Einsatz? Das ist da vorne, Polizei-Review, alles klar, ab geht die Post. Let's go. Was denn, was? Willst du gerade Video? Ja, ja. Machst du gerade Video? So, ja, mach ich. Ab geht die Post. Wir müssen los, wir müssen uns mal. Und Zeichstation, was da denn passiert? Okay. Oha, was ist hier denn los? Hier wird sogar noch geschossen. Er hat mich geportet, hallo, hallöche. Warum wurde ich importiert? Was soll das? Ich hab dich geportet. Hallo. Hilfe. Okay, warte, ich mach das sofort. Ein Moment. So, bist du... Ist der Echte? Äh, der Allerechte, tatsächlich. So, ein Moment. Ich muss hier einmal alle... Ich bin ein neues Video. So. Alles klar, Freunde. Leute, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich bin hier nur ein Notarzt. Keine Sorge, Jungs. Ich hol euch hoch. Ich hol euch hoch. Ich bin da. So. Warte, gleich stehst du wieder. Boom. Easy. Er hat auch noch. So, alles klar. Ich glaube, meine Work ist done hier. Wir können hier fahren. So. Ab hier die Post. Soll ich dich irgendwo hinbringen? Nö. So. Okay, alles klar. Ich steig einfach so bei Leuten ein. Die gucken, ob sie WDRP machen. Okay, okay, ja. Oh, da wird schon wieder geschossen. Was ist da denn los? Dennis hat einen medizinischen Notfall. Hä? Das ist ja immer noch da hinten. Hö. Da ist ein Sniper unterwegs. Äh. Okay, dann müssen wir einmal wieder zurück. Hier raus. Oder? Ach, da liegt einer. Nee, doch nicht. Da liegt gar keiner. Okay. Egal, dann fahren wir einmal vorsichtig hier durch. Oh, Leute. Also wirklich, RP ist das hier ja nicht, ne? Oh, da habe ich doch gerade eine Bombe gehört. Ein kleiner Bruder. Da habe ich doch gerade. Hallo. Hi. Okay. So, Leute. Ich fahr los. Ich fahr los. Ich hab ne. Hallo. Hi. Oh, Security Chef. Das ist mir eine Ehre, Security, Mr. Chef. Okay, ich glaube, ich muss einmal zurück zur Leitstelle und mein Equipment wieder füllen. Danach sind wir wieder voll am Start hier. So, alles klar. So, Freunde. Ich habe jetzt einmal den Server hier gewechselt, weil die da halt alle kein RP gemacht haben. So, keine Ahnung. Vor allem ist der Admin die ganze Zeit bei mir mitgefahren. Und, ne, keine Ahnung. Ich will halt hier ein bisschen meinen Job tun. Und nicht die ganze Zeit, äh, weiß nicht. Irgendwelche Fragen beantworten oder voll gekrascht werden oder so. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. So. Sehr gut. Ausrüstung wieder full. Los geht's. Gut. Fahren wir erstmal. Fahren wir einfach erstmal ein bisschen durch die Gegend. Oh, ich höre schon Schüsse auf jeden Fall. Falls was ist, meldet euch bei den Admins. Okay. Ich höre schon so viele Schüsse. Was geht ab? Aber bis jetzt noch keine Meldung. Fahren wir einfach mal da vorne hin. Da ist doch bestimmt irgendwer auf dem Boden, ne? Irgendwer liegt doch bestimmt. Komm, hier wird schon scharf geschossen. Oh, jo. Medizinischer Notfall. Da sind wir doch perfekt jetzt. Alles Klärchen. Keine Sorge. Ich bin da. Ich bin da. Verstärkung. Medizinische Verstärkung ist hier. Alter. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Gut, 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 Kollege. Sehr gut. Alles klar. Dann stehst du wieder. Bubu. Keine Sorge. Ich hab dich. Ich hab dein Glück. Ja, danke. So. Alles klar. Komm, ich bin gut, Kollege. Jo. Ich hab ihn gleich. Ich hab ihn gleich. Er steht da wieder. Ja. Es geht wieder. Ei, ei, ei. So. Ich hab nicht mehr so doll weh. Wunderbar, wunderbar. Fehlt Ihnen noch irgendwas? Kann ich Ihnen noch irgendwie helfen? Äh, nee. Ich glaube, ein, zwei Verbände müssen hier auf jeden Fall sein. Ich hab das aber gleich. Keine Sorge. Wer war das? Wer war das? Sagen Sie mir, wer das war? Da vorne. Ich glaube, der ist sogar noch da vorne. Äh, der steht da gerade weggerannt. Da, der liegt sogar. Der liegt sogar. Ich, äh, ich... Ich bin schon da. Ich bin schon da. Keine Sorge. So, ei, ei. Oh, der Polizeichef ist auf dem Boden. Ist er abgehauen. Ist er abgehauen. Oh, jo. Hier fehlt doch jemand. Er hat verlassen. Ei, ei, ei. Der ist verschwunden einfach. Komm, wie vom Erdboden verschluckt. Kann ich... Kann ich fragen, ob du YouTube warst? Bitte? Was denn? Machst du YouTube? Äh, ja, tatsächlich. Bist du dieser Babo? Nein, wirklich nicht. Oh, mein Gott. Bruh. Der denkt, der wäre Babo. Bist du der Echte? Bruh. Sehe ich aus wie Babo? Oh. Oh, ja, nein. So, aber ich muss jetzt weiter. Tschüss. Okay. Tschüss. So, sehr gut. Bis jetzt läuft es ja schon mal wunderbar. Habe wohl noch ein bisschen Equipment. Bimo. So. So. Bimo. Bimo. Soll ich dich irgendwo hinbringen? Nee. Die Videos mit Loco waren geil. Tschüss. Tschüssi. Okay, dann einmal hier rechts. Kannst du mitfahren? Und auf Schwein was? So. So. Hey, vorsichtig. Du hast einen Unfall gebaut hier. Okay. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das voll süß. Keine Ahnung. Es ist zwar natürlich nervig. Hey. Oh, Alter. Oh, jo. Jetzt auch nur einmal schlägst. Beide ich dich. Ich kriege einen Anfall. Oh, nein. Ein Toter. So. Drei Toter. Alles klar. Ich verstehe zwar nicht, wie ich hierher gekommen bin, aber auf einmal bin ich hier. Wow. Was ist passiert? War das ein Traum? Hä? Hä? Ei, ei, ei. So. Ich habe geträumt, dass ich bei der Bank war. Oder beim Juwel. War das Juwel? Ich weiß es gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich glaube, in dem Kaffee, den ich vorhin getrunken habe, war irgendwas komisches drin. Ich habe das Gefühl, ich kann mich teleportieren. Ei, ei, ei. So. Oh, hier ist aber schon abgesperrt alles. Geh mal rein. Guck mal. Ah, nee. Okay. Das war der Juwel. Oder? Nee. Da fahren die. Ich glaube, die fahren alle. Ah, okay. Dann ist unser Einsatz hier erledigt. Ich sehe, da hinten ist aber der nächste Einsatz. Oh. Nee. Das ist der Juwel. Das ist der Juwel. Ab zum Juwel. Let's go. So, was ist hier los? Da bin ich auch schon. Jo. Ach, da bist du wieder. Oh mein Gott, mein Knie, bitte. Hilfen Sie mir. Wo wurdest du gerade hin, Ticket? Zurück zu meinem Auto. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was passiert ist. Einfach nicht hinterfragen. Genau. Ich sollte, glaube ich, mal Broadcast schreiben, dass sie nicht alle, die Notärzte herumtippieren sollen. Ja. Das ist halt auch echt nicht RB-konform so. Man kann ja schreiben, von wegen Juwelier, Notarzt, sehr wichtig oder sowas. Keine Ahnung. Ja, ja. Ich schreib mal im Broadcast. Ja, ja. Genau. Alles klar. Keine Sorge, Blatze. Ich hab dich gleich. Ja, hallo. Du wolltest noch einen Notarzt. Danke dir. Du hattest easy. So, du kannst auch noch hier eine Bluttransfusion gebrauchen. Wunderbare Sache. Ich bin aber keine Zahn. So. Okay, du guckst auch noch. Let's go. Alles klar. Ich glaube, mein Job hier ist fertig. Keiner kann mehr. Ich hab sowieso kein Equipment mehr. Alles klar. Danke, Jungs. Perfekt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, ab in die Post. So. Ich find das so lustig, Freunde. Ich weiß nicht, ist jemand in meinem Auto? Hallo, hallo? Ne, okay. Ich find das so lustig, Leute. Dadurch, dass ich jetzt normal rede, ähm, denk, oh, ich bin zu schnell. Ich bin zu schnell. Äh. Hallo? Okay, warte mal, ich fahr einfach weiter. Dadurch, dass ich normal rede jetzt, erkennen mich halt so viele gar nicht. Und das ist so lustig, Leute. Das ist irgendwie so funny. Ich weiß nicht. Die denken, ich bin Faker oder so. Okay. Komm mal hier. Oh, aus. Oh, bei. Gucken wir nochmal ganz kurz, was hier los ist eigentlich. Hallo. Bimo, wann kommt das Video? Äh, übermorgen, glaub ich. So. Äh, wirklich so lange. Du musst aber auch ein bisschen mehr mitführend sein. Oh, Mann. Oh, nein. Du bist so passiv-aggressiv die ganze Zeit. Okay. 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 Entschuldigen Sie, der Herr. So. Na, wie? Das ist Vandalismus. Sie kamen mir bekannt vor. Das ist Vandalismus, was sie hier getan haben. Das ist sehr gut. Ich glaube, ich habe sie schon mal gesehen. Anna ist die Ex-Frau des Liebes. Ich wollte mir das alles sehen. Ich glaube, ich habe sie schon mal beim Hofladen gesehen. Hallo. Beim Hofladen? Er war vor zwei Tagen oder so. Ja, hab ich nie das mal. Ja, ja. Hat der gerade gewöbst? Hat der gerade gewöbst? War das hier? Der hat mich voll angerübst, Mann. Oh, fuu. Ii. Wah. Kann ich auch. Das war eine Rübstmaschine, einfach. Das geht. Oh, der hat geschlagen. Ey, Leute. Ja, aber. Das ist los. Er hat gefragt, geh mal weg, du Hund. Er rastet aus. Okay, ich mache einen Abgang. Ich mache einen Abgang. Boah, der ist da die ganze Zeit am Rülpsen, Alter. So, okay, Freunde. Zischen wir ab, zischen wir ab. Machen wir jetzt. Machen wir einen Abgang. Also, da ist der Hardcore-RP-Server doch schon ein bisschen cooler gewesen. Ich sage ehrlich. Also, klar, auf solchen Servern ist auch immer witzig, weil alle irgendwie so lost sind und alle einfach nur irgendeine Kacke machen und so. Das macht natürlich auch Spaß, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe auch richtig Spaß daran, einfach Real-RP zu machen. Das bockt halt irgendwie. Mit den Leuten zu schnacken, so einen Job hier zu machen und sowas, keine Ahnung. Und darauf zu achten, dass ich nicht zu schnell fahre und so. Oder nicht die ganze Zeit meinen Blitzer, äh, meinen Blinker anhabe und so. Gut, alles klar. Wir machen jetzt aber erstmal Feierabend. Feierabend, wie das duftet. Kräftig, deftig, würzig, gut. Und ich weiß nicht mehr, wie der Text so geht. Alles klar, Notarzt Bimo ist raus. Vielen lieben Dank. Das hat Spaß gemacht. Und ich bin jetzt raus für heute. Wir haben auf zwei Servern echt viel XP gesammelt. Ich glaube, das war insgesamt jetzt 5, 6, 700 XP oder sowas. 5.600 Euro haben wir in 10 Minuten gesammelt. Das ist echt nicht schlecht. Das ist eine gute Bilanz. So, Freunde. Alles klar. Das wär's. Ich mache auch meinen Mic hier wieder aus. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und, äh, ganz genau, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass ich irgendeinen bestimmten Job mache. Ähm, oder irgendwas Bestimmtes mache. Wir können auch einfach mal ein bisschen, ne, irgendwelche Leute trollen. Nein, Bimo. Äh. Oh, du bist down. Nein. Lol. Du bist gar kein Notarzt mehr. Warte. Ich kann... Eieiei. Warte, wie lange hast du noch Zeit? 2 Minuten. Ja, okay, easy. Ich kann nicht gleich noch saven. 87 Sekunden. Mann, Spaß. Ich hab noch 5 Minuten. Ja, krass. Ja, okay. Easy, easy, easy. So, Freunde. Alles klar. Das hätt sich schon erledigt. Äh, da ist schon jemand anderes als Notarzt gekommen und hat ihn hochgeholfen. Alles klar. Freunde, haut da rein. Tschüssi. 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 Tschüssi.